Im Hause von Prelat Georg Ratzinger in Regensburg. Es ist der 19. April 2005. Es hat, ich glaube, ein Pressemann angerufen und sagte, in Rom steigt weißer Rauch auf, wissen Sie was, ist da was los? Ich habe dann sofort den Fernseher aufgetreten und bin dran geblieben. Josefum. Sancte Romane Ecclesiae, Kardinalem Ratzinger. Als der Kardinal Diakon sagte Josef schon, habe ich gedacht, das ist eine deutsche Form von dem Namen. Wenn Josef gesagt hätte, wäre es besser gewesen. Aber er sagte Josef und habe eigentlich schon geahnt, was da kommen wird. Und war dann doch sehr betroffen und irgendwie erschrocken, als der volle Name kam. Am Tag darauf überträgt das Bayerische Fernsehen die erste Messe des neuen Papstes aus der Sixtinischen Kapelle. Gitarra. 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 Die Wege rund um die Regensburger Reichsstraße sind ihm immer noch vertraut. Und auch die kleinen Domspatzen von heute erkennen ihn ganz selbstverständlich als einen der Iren. Dabei waren sie kaum geboren, als Domkapellmeister Georg Ratzinger 1994 die Leitung der Regensburger Domspatzen in jüngere Hände gab. Nur bei besonderen Anlässen schaut er noch im Kaff vorbei, wie die Domspatzen ihr Domizil nennen. Der erste Weg führt ihn zu Roland Büchner, seinem Nachfolger. Hier hat Georg Ratzinger 30 Jahre lang gearbeitet und zugleich auch gewohnt. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Jawohl. Ja, grüß Gott. Schön. Ja, da darf man natürlich rein. Ich sagte, ich hatte die schöne Wohnung damals mit dem Ostzimmer und dem Westzimmer. Das war das Arbeitszimmer, das war schmal und lang, das Westzimmer war geräumlich. Aber ich habe Arbeit und Freizeit nicht eigentlich nach Zimmer verteilt, sondern nach Wetterlage und nach Sonnenstand, nicht nach Sonnenstand. Und da war also praktisch da das Ostzimmer, da war so das Arbeitszimmer und da war wahrscheinlich das Bad. Da war das Bad. Und wo haben Sie geschlafen? Noch ein Stück dahinter. Also das war parallel zu dem Zimmer war jetzt das Bad und parallel zum Bad war dann mein Schlafzimmer. Ich habe schon geschlafen. Über meiner Wohnung war das sogenannte Massengrab. Das heißt, jedes Schlafzimmer in dem zwölf Knaben untergebracht waren, das hieß man das Massengrab. Später waren es nur noch acht oder was, nicht? Und darüber war der Chorsalde. Man hat sich beklagt, zwölf Knaben schlafen in einem Raum, nicht? Wir in meinem Internat, wir waren zu 42 in einem Raum, aber wenn man schläft, die sagen sie gleich. Ob jetzt so einer da ist oder 40, nicht? Wenn man schläft. Sie haben sich wohlgefühlt da im Internat? Ich habe mich sehr wohl gefühlt, jawohl, ja. War alles beisammen, Arbeitsplatz, Wohnraum. Und man konnte ja die Tür zumachen, dann war man abgeschottet vom Internat, vom fröhlichen und dem wilden Treiben des Knabenvolkes. Domspatzen haben einen vollen Terminkalender. Aber zwischen Schule, Hausaufgaben und Musik tun sie das, was alle Buben ihres Alters tun. Manchmal wurde die Sportbegeisterung dem Domkapellmeister auch zu viel. Vor allem, als der heimische Fußballklub Jan Regensburg an die Tür zur Bundesliga klopfte. Eine Wengsburger Woche war ich in Ried im Wimmkreis. Und da kommen wir an mit dem Bus. Der Herr Oberbürgermeister empfängt mich und der zweite Bürgermeister. So können wir eine ganz frohe Mitteilung machen. Der Jan hat gewonnen. Und um Gottes Namen, hoffentlich steigt er nicht auf. Ich habe gesagt, natürlich, eine wunderbare Nachricht. Das ist klar, selbstverständlich. Innerlich habe ich mir gedacht, hoffentlich ist das nicht der Schritt zur Bundesliga, weil das bei einer Probe-Moral, der Probe-Moral uns am Ende stehlen im Wege steht. 500 Domspatzen mit ständig wechselnden Kleidergrößen. Schwester Berner behält trotzdem den Überblick. Ältester Knabenchor der Welt nennen sich die Regensburger stolz. Hinter dem unnachahmlichen Klang des Ensembles steht ein ausgefeiltes Zusammenspiel zwischen Schule, Internat und musikalischer Leitung. Die Domspatzen pflegen ihre Tradition, im Großen wie im Kleinen. Heute werden zwei Mitarbeiterinnen gewürdigt. Und natürlich ist Prelat Ratzinger bei einem solchen Anlass als Ehrengast eingeladen. Das war eine große Vorteile der Frau Oswald. Wenn er in Feiern war und die Frau Oswald den Sekt besorgt hat, das war immer nach meinem Geschmack. Das war nicht so herrlich. Frau Oswald, die Sekretärin, feiert ein rundes Dienstjubiläum. Und Schwester Berner, die Schneiderin, einen runden Geburtstag. Beide haben in der Ära Ratzinger bei den Domspatzen angefangen. 30 Jahre lang hat er das Institut geleitet. Die Laufbahn als gefeierter Musiker war ihm nicht in die Wiege gelegt. Der Gendarmensohn wuchs in einfachen, eher ländlichen Verhältnissen auf. Die Eltern Ratzinger mit ihren Kindern. Die Tochter Maria, geboren 1921. Sohn Georg, Jahrgang 1924. Und der Jüngste, Josef, Jahrgang 1927. Unser Vater war ein sehr rationaler Mann mit einer unglaublichen Klarheit und Weitsicht des Urteils, wo er oft auch Akademiker belehren konnte oder auch nicht belehren konnte. Und von ihm haben wir einen nüchternen und zugleich sehr tiefen und ernsthaften Glauben gelernt. Unsere Mutter war, ich würde sagen, poetisch und herzlich und warmherzig, sodass der Glaube in seiner Wärme wie in seinem Anspruch und in seiner Ernsthaftigkeit uns formte. Ja, es war ganz klar das gemeinsame Familiengebet. In der Früh, bei Tisch und am Abend. Dann hat uns der Vater aus seinem alten Buch, dem Coffinet, vor den Feiertagen die liturgischen Texte vorgelesen mit Erklärungen. Dann wurde zu Hause oft der Rosenkranz gebetet. Es war so ein selbstverständliches Klima, das gar nicht besonders viele Worte bedurfte. Meine Schwester war die Älteste von uns dreien, war immer uns etwas voraus. Und sie war, im Gegensatz etwa zu mir, ein Muster der Ordnung. Ich hatte die Ordnung der Unordnung. Das war vielleicht ein kleiner Streitpunkt. Sie konnte es nicht anschauen, dass es bei mir Unordnung ist, aber ich habe in der Unordnung meine Sachen gefunden. Pleiskirchenkreis Altötting. Hier kommt Georg Ratzinger zur Welt. Bald darauf wird der Vater nach Marktl am Inn versetzt, wo der jüngere Bruder Josef geboren wird. Anders als jener hat Georg Ratzinger prägende Erinnerungen an die Zeit in Marktl. Da gab es eine Blaskapelle. Der Gemeindesegretär hat sie geleitet, war ein kleiner Mann, hat aber die Tuba gespielt als Großinstrument. Das war der Mann, den ich so sehr verehrt habe damals. Die nächsten Stationen heißen Tittmoning und Aschau. Als wir nach Aschau kamen, hat der Vater ein Harmonium gekauft. Er hat es mühsam zusammensparen müssen. Ich weiß heute noch den Preis. Es kostete Gebrauch 241 Mark. So beginnt Georgs Laufbahn als Musiker. Ich war zehn Jahre alt. Der Lehrer des Orts war Aushilfsorganist und ein großer Nazi. Er weigerte sich, an den Werktagen in der Kirche Orgel zu spielen. Der Pfarrer hat mich dann gebeten, auf einem Harmonium die Kindermessen zu begleiten. Damals festigt sich Georgs Wunsch, Priester zu werden. Man hat doch in frühen Jahren schon gemerkt, da ist ein Platz. Am Altar, im geistlichen Bereich, in der Aufgabe anderen Menschen das Evangelium zu verkünden. Das war damals kein heroischer Entschluss und das war eine Entscheidung, die im kindlichen Bereich war, aber deshalb nicht weniger entschieden war. 1935 tritt er ins Traunsteiner Studienseminar ein. Die Schüler wohnen im Internat und besuchen von hier aus das staatliche Gymnasium. Um 5.20 Uhr war Aufstehen. Dann um 5.40 Uhr war gemeinsame Heilige Messe. Anschließend war Morgenstudium. Um 7.10 Uhr Frühstück, um halb acht der Weg zur Schule. Dann nach der Schule Mittagessen und anschließend war Sportplatz und Spiel. Dann war Nachmittagsstudium, zwischendurch Freizeit. Dann das späte Studium von 5.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Dann abends um 7.00 Uhr Abend Tisch, kurze Freizeit um 8.05 Uhr geistliche Lesung, Abendgebet und schlafen gehen. Und die Hausordnung wurde sehr klar und streng gehandhabt. Aber wir waren Kinder und haben das hingenommen und haben trotzdem ein zufriedenes Leben geführt dabei. Als der Vater pensioniert wird, zieht die Familie nach Traunstein. Anfangs geht der jüngere Bruder Josef von hier aus ins Gymnasium und genießt die Freiheit, die das alte Bauernhaus am Waldrand bietet. Als er später dem Bruder ins Studienseminar folgt, hilft ihm dessen Beispiel, sich an das streng geregelte Leben in der Gemeinschaft zu gewöhnen. Mein Bruder hat mir ja die Straße sozusagen vorgegeben. Und dieses Vorangehen von ihm war für mich immer sehr wesentlich, sozusagen meinen eigenen Weg finden zu können. Der Direktor war, wenn man so sagen darf, eine Musikvereine, hat auch komponiert, den Chor geleitet. Dazu gab es noch einen Musikpräfekten, eine Klavierlehrerin, Instrumentenlehrer. Und so war also das Seminar eigentlich für ihn die richtige Welt. Mir fiel das Latein erheblich schwerer als mein Bruder. Der hat es im Nu gefasst. Ich habe schon lernen müssen, mich konzentrieren müssen. Mir ist es nicht ganz so leicht gefallen, aber es ist geglückt. Und ich bin doch dankbar, dass ich es lernen durfte. Ich bete auch, soweit ich es kann, mein Privier noch Lateinisch. Weil mir in der lateinischen Sprache doch auch eine gewisse Ausdrucksweise immer lebendig ist, die ich von der Jugend her kenne und die dem religiösen, dem gläubigen Leben doch sehr angemessen ist. Die Abiturklasse. Von der Schulbank weg werden die jungen Männer zur Wehrmacht eingezogen. Die Absolvia-Karte des Traunsteiner Gymnasiums trägt nur wenige Unterschriften. Die anderen Mitschüler befinden sich schon im Kriegseinsatz. Die Einheit von Georg Ratzinger kommt an die italienische Front. Beim Rückzug wird er im Sommer 1944 verwundet. Dann als Genesender kam ich nach Prag in eine Kaserne und zu guter Letzt wieder nach Italien, wo wir dann von den Amerikanern am 15. April 1945 gefangen genommen wurden. Nach Süditalien verbracht wurden, am Angesicht des Vesuv in einem riesigen Gefangenenlag untergebracht wurden. Und ich hatte wieder das Glück, bei dem ersten Heimtransport dabei zu sein. Mitte Juli durfte ich nach Hause zurückkommen und war sehr, sehr glücklich, dass die Eltern noch lebten, meine Geschwister zu Hause waren, das Haus noch stand. Es war ein glücklicher Tag. Endlich kann Georg seine doppelte Berufung Musik und Theologie verwirklichen. Beide Brüder treten 1946 ins Freisinger Priesterseminar ein. 1951 werden sie gemeinsam im Dom zu Freising zu Priestern geweiht. Durch einen glücklichen Umstand haben sich diese Filmaufnahmen erhalten, die die Weihe durch Kardinal Faulhaber dokumentieren. Im folgenden Ausschnitt ist die Salbung mit Katechumenenöl zu sehen. Georg Ratzinger steht auf. Ihm folgt Josef. Hier die beiden Brüder nebeneinander. Dahinter die Bänke mit den Eltern der Neupriester. Der Weihejahrgang 1951 gilt dem Erzbistum München und Freising bis heute als herausragend. 44 neue Priester verließen damals in feierlicher Prozession die Marienkirche auf dem Domberg. Dass einer von ihnen, der einst als Papst Benedikt den Stuhl Petri besteigen würde, das freilich konnte Kardinal Faulhaber damals nicht ahnen. Nach der Priesterweihe trennten sich die Wege der Brüder Ratzinger. Josef wurde Hochschullehrer. Die Eltern gaben das Haus in Traunstein auf und zogen zu ihm in die Professorenwohnung auf dem Domberg. Georg studierte an der Musikhochschule in München und war nebenher als Seelsorger und Chorleiter tätig. Ein Arbeitspensum, das nur durch strenge Selbstdisziplin zu leisten war. Ein Filmdokument aus dem Jahr 1956. Faulhabers Nachfolger Kardinal Josef Wendel im Dom zu Freising. Unter den Gläubigen befinden sich auch die Eltern Ratzinger, hier ganz links im Bild. Maria und Josef Ratzinger im Alter von 72 und 79 Jahren. Es sind die einzigen bekannt gewordenen Aufnahmen, die die Eltern des heutigen Papstes in bewegten Bildern zeigen. 1957 wird Georg Ratzinger Chordirektor in Traunstein. Da sein Bruder einen Ruf nach Bonn erhält, kehren auch die Eltern nach Traunstein zurück und verbringen bei Georg ihre letzten Lebensjahre. Der junge Geistliche pendelt mit dem Fahrrad zwischen Pfarrkirche und Knabenseminar hin und her, wo er die Chöre leitet und Unterricht erteilt. Ehemalige Mitwirkende erinnern sich. Ich glaube, er war sehr stilsicher, möchte ich einmal aus meiner einfachen Sicht heraus sagen. Also es war ein großer Unterschied, ob er ein Requiem von Koch oder einem der Komponisten des ausgehenden vorvorigen Jahrhunderts aufgeführt hat. Oder ob er eine Mozartmesse einstudiert hat. Oder auch diese kleinen, sogenannten kleinen Mozartmessen, die hat er äußerst ernst genommen und hat wirklich rumgefeilt und konnte sehr streng sein, aber auch sehr gütig. Er hat sehr intensiv geprobt, immer stundenlang das Gleiche. Er hat sich nicht zufrieden gegeben, so mit ein paar Passagen, die nicht so gegangen sind. Dann hat er schon sehr intensiv geprobt, was manchmal auch ein bisschen genervt hat für die Kormitglieder. Aber das Ergebnis war dann natürlich sehr gut. 1964 ereignet sich, was Georg Ratzinger nie zu hoffen wagte. Er wird in der Nachfolge des großen Theobald Schrems als Domkapellmeister nach Regensburg geholt. Ich habe in meiner Laufbahn zum Priestertum hin durch immer wieder gebetet, lieber Gott, gib mir eine Aufgabe, wo ich beides miteinander verbinden kann. Das musikalische und das religiöse, missionarische, seelsorgliche. Und der liebe Gott hat mir das so wunderbar erfüllt. Ich glaube, dass es selten einen Fall gibt, wo man eine Gebetserhöhung in dieser Deutlichkeit erleben kann. So, jetzt setzen wir uns, wir nehmen die Pater Noster Messe rauf, versuchen das Hosanna, das ist Takt 52, nein 51. Schön Legato, jeder hört genau hin. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Legato. Sopran eins alleine war wieder unsauber, eins, zwei, drei. Rauf. Na, das haben wir doch viel schöner schon gesungen, weg. Nochmal, eins, zwei, drei. Und dann war das Ganze etwas zu langweilig. Nochmal zusammen, eins, zwei, drei. Halt. Und das Ganze ist mir Legato. Eins, zwei, drei. Halt. 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 Gut, jetzt singen wir den ersten Ton zweimal. Das ist ein Lied, du hast es gleich gekannt. Weißt du wie der Titel heißt? Nein. Loby den Herren heißt es. Also ich glaube, Raphael, du hast schon viel gelernt draußen. Du kannst gut zu uns reinkommen in das Hauptinstitut im Domspatz werden. Als ich selber Vater war und hier wieder in Regensburg als Dozent gearbeitet habe, war die Frage, was macht mein ältester Sohn, als er ins Gymnasium gekommen ist. Und dann wollte er auch zum Domspatzen. So bin ich mit ihm zum Donkabellmeister Ratzinger gegangen. Er hat ihm vorgesungen und ich war ganz überrascht, was er aus dem Buben alles in kurzer Zeit so rausgeholt hat an Stimme. Denn oft ist es so, dass in Musikerfamilien zu Hause oft gar nicht so viel gesungen wird. So war es bei uns wohl auch. Und so war ich ganz überrascht, dass der so gut singen konnte und wie der alte Chef, so sage ich mal, das gemacht hat. Also es war großartig. Und so war ich ganz überrascht, dass ich mich auf den Händen trage. Dass ich mich auf den Händen trage. Dass ich mich auf den Händen trage. Eine Konzertagentin, die wir in Amerika kennengelernt haben, die war immer ganz begeistert, wenn Ratzinger auf die Bühne kam. Dieser noble Mann, wie der auf die Bühne schreitet. Und er selber hat immer so etwas schüchtern gewirkt. Aber es war eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit auch darin. Und so hat er uns auch an diesem Konzert teilnehmen lassen. Und da ist ein Jök Amen. mein Neues, eine Ratschen-Datel. Mein Neues, eine Ratschen-Datel. Tag, glönen Tag, beella контр'llten Tag, тиwać, doppelten Tag! Tag,je kuckuck, ni systemicstick und nach. Tag,gub, kuckuck, fitter Tag,ag,capasi, saltusalt,imtik. Tag,gub, kuckuck, vie, tag,gepunktput, Anfang, kuckuck, hitter Tag,gub, kuckuck, outcome. Ich habe ihn erlebt als einen sehr ruhigen, aber konsequenten Mann. Insbesondere dann, wenn es darum ging, wer kann jetzt letztendlich auf Konzertreise mitfahren. Es sind ja immer mehr Anwärter da, als Plätze frei sind. Dass er bis zum Schluss hier in aller Ruhe und ich denke mit großem Gerechtigkeitsgespür jedem die Möglichkeit gegeben hat, noch mitzukommen, der es verdient. 1983 war es soweit. Die erste Überseetournee durch die Vereinigten Staaten und Kanada. Es folgten Auslandsreisen nach Großbritannien, Italien, Ungarn, Polen, Tschechien, Japan und Korea. Die Chorknaben lernten auf solchen Reisen ihren gestrengen Chef von einer Seite kennen, die den meisten unbekannt war. Er war immer auch ein blendender Erzähler. Und auf den Reisen habe ich persönlich schon versucht, wenn es irgendwie ging, mich auch im Bus möglichst in die Nähe zu setzen, dass man etwas mitbekommt. Dann waren wir bei den Niagara-Fällen auch. Und dort waren solche Mützen scheinbar sehr begehrt bei den Touristen, die sich dann viele kleine Domspatzen gekauft hatten. So Baseballkappen, die aber sehr große Elchgewei noch drauf hatten, ein bisschen mit Stoff. Und die hat man natürlich dann versucht, im Dunkelwärm das Dach aufzusetzen, ihm zu geben und dann noch ein Foto zu schießen. Da gibt es ein paar nette Fotos auch. Georg Ratzinger hat Generationen von jungen Sängern musikalisch geprägt und charakterlich geformt. Er lehrte sie im kleinsten Dorf und beim geringsten Anlass, die gleiche Leistung und das gleiche Engagement zu zeigen, wie vor dem Bundespräsidenten, der englischen Königin oder bei Auftritten in den großen Kathedralen der Welt. Ich bin immer wieder gefragt, was war denn der eigentliche Höhepunkt? Und da denke ich zurück an unsere Teilnahme am Zweiten Vatikanischen Konzil, das doch ein Ereignis war, das die ganze Kirche oder die ganze Menschheit irgendwie beeinflusst hat. Und da durften wir zur Einleitung einer Sitzungsperiode singen im Petersdom. Das war ein großer Eindruck. 1994 kam der Abschied. Im Alter von 70 Jahren legte Georg Ratzinger den Taktstock zur Seite. Im gleichen Jahr überreichte ihm Bischof Manfred Müller von Regensburg eine besondere Auszeichnung des Papstes. Die Ernennung zum apostolischen Protonotar. Der Abschied war an sich sehr lebendig. Es war ja noch viel abzuwickeln und zu tun. Es war noch ein sehr, sehr feierlicher Abschiedsabend. So ein quasi Koller kam dann erst, als ich allein in diesen schönen Räumen war, wo eben dann, wenn Probezeit anging, ich sagte, du hast ja jetzt keine Probe. Du kannst jetzt tun, was du willst. Und das war schon irgendwie schwierig. Bei den Domspatzen ist man den ganzen Tag fast rum, die die Uhr umgeben von jungen Leuten, fröhlichen. Man gibt es auch wieder ein bisschen Ärger, man muss auch schimpfen oder was. Aber man ist unter jungen Leuten und die halten den alten Menschen jung. Und dann plötzlich die große Einsamkeit. Das war nicht ganz einfach zu verkraften. Georg Ratzinger ist heute Mitglied des Kollegiatstifts St. Johann, einer Priestergemeinschaft, die die alte Taufkirche des Regensburger Doms betreut und dort täglich gemeinsam die Messe feiert. In den letzten Jahren behindert ihn ein Augenleiden, das seine Sehkraft erheblich einschränkt. Doch innerhalb des Stiftskapitels ist er nicht der Einzige, der einen Gebrechen hat. Ja, ich bin der quasi blinde, der nichts sieht. Einer ist da, der hört fast nichts. Einer mit vielen Schlaganfällen, der kann fast nicht mehr sprechen. Einer tut sich hygienisch schwer. Ja, man merkt halt, dass das Leben an einem zerrt. Oder zählt, muss ich sagen. Aber man muss dann mit dem, was man noch hat, zurechtkommen. Wieder einen neuen Lebensstil finden. Und dann für das danken, was man noch hat. Dass man auf der Welt noch rumkrabbeln kann und sich vorbereiten dann auf das andere Leben. Dafür haben wir ja Zeit und Gelegenheit jetzt. Das Lesen mit der Lupe strengt an. Daher freut er sich, wenn Besuch zum Vorlesen kommt. Wir haben unseren Jura Fix einmal in der Woche, wo ich zu ihm gehe und ihm vorlese. Und wir haben also, zu Anfang haben wir natürlich alle Bücher seines Bruders gelesen. Und inzwischen sind wir aber in die Musik übergegangen. Ich habe selber auch Musikwissenschaft studiert und da finden wir uns auch in der Musik. Und jetzt lese ich im Moment gerade eine Mozart-Biografie vor. Aber wir haben auch schon Brahms und Bach, wir haben schon sehr viel abgehakt jetzt. Und es ist aber noch ein reicher Schatz da. Immer wenn ich sage, was lesen wir als nächstes, sagt er, ach, ich habe noch so viele Bücher. Und es ist schön. Es ist wirklich auch für mich schön. Ich glaube, dass mancher mit seinem Gott hadern würde. Das macht er nicht. Er nimmt das an. Und das spricht im Grunde genommen dafür, dass er wirklich ein tiefgläubiger Mensch ist. Eine neue Seite wird jetzt eingelesen. Das Ehepaar Richardi ist seit vielen Jahren mit der Familie Ratzinger befreundet. Auch aus den Kreisen der Domspatzen kommen Bekannte zum Vorlesen. So muss er den Leseautomaten nur selten einschalten. Ich bin jetzt 41 Jahre lang in Regensburg. An keinem Ort meines Lebens bin ich so lange gewesen wie jetzt hier. Ach, ich schätze die Stadt sehr. Vor allem der Dom ist doch die große Mitte. Und auch die Menschen in Regensburg haben doch einen Freundes- und Bekanntenkreis. Und so, dass ich mich hier wirklich zu Hause fühlen kann. Regensburg, die Wahlheimat der Ratzingers. 1969 wechselte auch der Bruder Josef von Tübingen nach Regensburg. Mit ihm kam die Schwester, die ihm den Haushalt führte. Man beschloss, das Elterngrab von Traunstein nach Regensburg umzubetten. Die Familie war wieder vereint. Endgültig, wie es schien. Doch dann wurde Josef Ratzinger zum Erzbischof von München ernannt. Die Wege der Geschwister trennten sich, doch die Verbindung riss nicht ab. München 1980. Der erste Deutschlandbesuch von Papst Johannes Paul II. Bei der Begegnung mit den Künstlern im Herkules-Saal dürfen die Domspatzen vor dem Papst singen. Ein stolzer Tag in der Geschichte des Chores und ein Höhepunkt im Leben Georg Ratzingers. Er hat sofort die Herzen der Buben und der Männerstimme gehabt. Ich durfte ihm die Hand geben. Es war eine sehr gelockerte Begegnung, die ihn nicht als den Herrscher der Kirche, sondern als den Vater uns gezeigt hat. 1982 holte der Papst Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation nach Rom. Für den Kurienkardinal wurde der Austausch mit dem Bruder über das Familiäre hinaus zur lebendigen Brücke in die Heimat. Und für Georg Ratzinger öffneten sich neue Horizonte. Bei der Verleihung der Ehrendoktor Würde durch das päpstliche Institut für Kirchenmusik wurde das Sanktus aus seiner Feder in Rom uraufgeführt. Den Urlaub haben die beiden, wann immer es ging, gemeinsam verbracht. Mit der Zeit spielte sich ein fester Rhythmus ein. Drei- bis viermal im Jahr kam Josef Ratzinger nach Bayern, einmal Georg nach Rom. Gelegenheit, um bei einem Gläschen Sekt auf den Geburtstag anzustoßen. All die Jahre hielt sich Kardinal Ratzinger die Möglichkeit offen, später im Ruhestand nach Regensburg zurückzukehren. Mit 75 Jahren reichte er bei Johannes Paul II. sein Rücktrittsgesuch ein. Doch der schwerkranke Papst mochte auf den Beistand seines engsten Vertrauten nicht verzichten. Dann kam das Jahr 2005. Die ganze Welt nahm Anteil, als das Leben des Papstes zu Ende ging. April 2005. In feierlicher Prozession ziehen die Kardinäle in die Sixtinische Kapelle ein. Unter ihnen Josef Ratzinger, der als Kardinaldekan besondere Verantwortung für die Vorbereitung und den Ablauf des Konklave trägt. In den Medien wird er als einer der Favoriten für die Papstwahl gehandelt. Eine Spekulation, die sein Bruder Georg entschieden von sich weist. In einem solchen Alter, 77, 78 Jahre, würde man einem nicht eine noch größere Last als bisher auf. Vor allem, wo das Kardinalskollegium so stark war, als nie zuvor und begabte Persönlichkeiten nun dabei waren. Deshalb war ich zuversichtlich, dass ein tüchtiger, geeigneter, jüngerer Kardinal ausgewählt würde. An diesem Abend schaltet Georg Ratzinger sein Telefon ab. Er ist für niemanden zu sprechen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen morgen früh zum Domkapellmeister gehen. Und dann sind wir am nächsten Tag zu ihm gegangen. Und ich habe auch das Gefühl, er brauchte Menschen, die ihn jetzt so ein bisschen trösten. Weil das war für ihn schon sehr, ja, gewöhnungsbedürftig. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, Herr Domkapellmeister, stellen Sie sich mal vor, Ihre Eltern und Ihre Schwester hätten das erlebt. Das ist doch das Tollste, was ein Mensch in der katholischen Kirche erreichen kann, dass er Papst wird. Und das hat ihn sehr getröstet, glaube ich. Die Tage nach der Wahl. Aus aller Welt kommen Medienvertreter nach Regensburg, um zu zeigen, woher Papst Benedikt stammt. Im Zentrum des Interesses, der Bruder des Papstes. Er, der die Zurückgezogenheit liebt und von sich so gar kein Aufhebens macht, gibt Interview um Interview. Geduldig und freundlich steht er den Reportern Rede und Antwort. Als beim Dankgottesdienst im Regensburger Dom sein Name genannt wird, brechen die Menschen in spontanen Beifall aus. Flughafen München, drei Tage später. Georg Ratzinger macht sich auf den Weg nach Rom, begleitet vom Regensburger Dompropst Gegenfurtner. In wenigen Stunden wird er seinem Bruder erstmals nach der Papstwahl begegnen und an der feierlichen Amtseinführung auf dem Petersplatz teilnehmen. Seinen Frieden hat er mit der neuen Situation schon gemacht. Das, dass ich unglücklich war, beruht vielleicht auf einem Egoismus. Dass eben diese brüderliche Beisammensein sehr reduziert ist, aber jetzt sehe ich doch, es ist ein Ruf Gottes. Und ich darf darin nicht einfach einen natürlichen Ablauf sehen, sondern doch irgendwas Höheres, eine Fügung Gottes. Festliche Erwartung auf dem Petersplatz. Gleich wird der Papst erscheinen. Doch Georg Ratzinger wirkt in sich gekehrt. In diesen Minuten steigt sein Bruder zum Grab des heiligen Petrus hinunter. Pallium und Fischerring liegen für ihn bereit. Die Zeichen des Petrusdienstes. In seiner Predigt wird Benedikt XVI. das Petrusamt mit einem Joch vergleichen, das der Bischof von Rom auf seine Schultern nimmt. Jeder Papst hat ein schweres Kreuz zu tragen. Ohne Kreuz wird es nie sein in dieser Aufgabe, wenn die Kirche praktisch doch das Leben Christi in seinem Sinn weiterführen soll. Aber das ist nicht alt, wie er auf seine Schultern drückt. Nach dem Einzug der über 100 Kardinäle tritt der Papst an den Altar. Ich brauche nicht allein zu tragen, was ich allein wahrhaft nicht tragen könnte, sagt Benedikt in seiner Predigt. Die Schar der Heiligen Gottes schützt und stützt und trägt mich. Und euer Gebet begleitet mich. Wer glaubt, ist nie allein. In diesem Haus an der Piazza Città Leonina hat Josef Ratzinger 23 Jahre lang gelebt. Und auch Georg wohnte hier, wenn er nach Rom kam, bei der Amtseinführung des Papstes zum letzten Mal. Inzwischen wartet ein Gästezimmer im Apostolischen Palast auf den Gast aus Regensburg. Mit der neuen Umgebung hat er sich rasch vertraut gemacht. Zu meinem Bruder gehören die beiden Sekretäre. Der deutsche Sekretär und ein polnischer Sekretär, der sich sehr gut einfügt in das Milieu. Dann der Herr Gutschel, der Kammerdienste leistet seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Die Haushälterin meines Brudens, die bisherige, die Frau Stampa und die italienischen Schwestern. Es ist eine kleine päpstliche Familie, fröhlich und es ist eine schöne Harmonie. Da freue ich mich. Ein Papst ist nie außer Dienst. Auch seinen Urlaubsort kann er nicht frei wählen. Und da der Heimaturlaub in Bayern wegfällt, reist Georg Ratzinger eben nach Italien. Dann bin ich doch wieder irgendwie zu Hause, wenn mein Bruder da ist und die ganzen 78 Jahre leben, die uns verbinden. Das hat ja ein Gewicht, nicht wahr? Und normalerweise wäre ich gestern nach Regensburg gefahren und zu ihm gekommen. Stattdessen ist jetzt mein Bruder hierher gefahren. Ich habe mir gestern schon vorgestellt, wie ich in München lande. Wir würden uns freuen auf das Abendessen bei meinem Bruder. Aber jetzt freut er sich, dass er hier ist. Der Besuch des Bruders. Ein Stück zu Hause für den Papst. Festakt im Vatikan. Noch als Kardinal hatte Josef Ratzinger sein Kommen zugesagt. Als Papst nimmt er nun teil. Der Botschafter der Republik Österreich verleiht Georg Ratzinger das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse. Ich wünsche Ihnen noch viele Jahre gute Gesundheit und Lebensfreude. Österreich hat in der Erinnerung der beiden Ratzinger Brüder einen besonderen Platz. Als Jugendliche fuhren sie mit dem Fahrrad nach Salzburg, besuchten die Festspiele und hörten zum ersten Mal die Regensburger Domspatzen. Wenn ich in dieser erlauchten Runde das Wort ergreifen soll, dann fühlt mir gleich der Prophet Jeremias ein. Ja, er hat ihn beauftragt, eine Botschaft an sein Volk zu richten. Und das antwortet Jeremias. Er stottert. Ah, 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 loquinesio. Ich stehe in einer sehr viel angenehmeren Situation als damals Jeremias. Aber das eine verbindet mich, ich möchte stottern, ah, 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 loquinesio. In meiner Situation, ich habe ihn in 81er weit überschritten, ändert sich die Lebensperspektive viel mehr, als man es früher geahnt hat. Dinge, die vorher zum Leuchten geblüht haben, verblasten allmählich. Dinge, die geschmerzt, die erfreut haben, verlieren ihr Gewicht. Eins bleibt bei dem Menschen, der gläubig ist, die Besinnung auf das, was jetzt notwendig ist. Im Affinierum steht das schöne Wort drin, das Examen Mortis, die Vorbereitung auf die letzte entscheidende Prüfung. Die Kirchmusik, die Musiker sagt, greift ins Unendliche. Es ist einerseits ein Wort von Gott her und unsere Antwort zu Gott. Und das gibt der Kirchmusik diese große Würde, diesen großen Auftrag, für den der Kirchmusiker dankbar sein muss und ihn ja nie vergessen darf. Lieber Georg, verehrter Herr Botschafter, verehrter Herr Präsident Schambeck, verehrte Autoritäten, Damen und Herren. Ich komme etwas merkwürdig vor, wenn ich jetzt das Wort ergreife. Beim Herunterfahren hat der Sekretär noch sehr berechtigt zu mir gesagt, jetzt, lieber Heiliger Vater, ist eindeutig Ihr Bruder die Hauptperson. Darüber kann es keine Diskussion geben und so ist es auch. Aber gerade das finde ich schön, dass jetzt einmal wirklich mein Bruder, der 30 Jahre mit so viel Hingebung um die Kirchmusik im Regensburger Dom und in der weiten Welt sich gemüht hat, eine Anerkennung von besonders kompetenter Seite erfährt. Ich stelle mir vor, dass es auch für die neue Generation der Domspatzen vom Domkapellmeister angefangen, Ermutigung und Freude ist, dass diese 30-jährige Arbeit in dieser Weise nun anerkannt wird und dass es ihnen helfen wird mit neuem Elan, mit neuer Freude, in dieser Zeit, in der wir dessen besonders bedürfen, die Botschaft des Schönen, Gott zur Ehre und den Menschen zur Freude weiterzutragen. Oktober 2005. Ein lang gehegter Traum geht für die Regensburger Domspatzen in Erfüllung. Zum ersten Mal geben sie ein Konzert in der Sixtinischen Kapelle, jenem Ort, an dem die Päpste in ihr Amt berufen werden. Ich begrüße dich, oh Frau Röntgen, oh Frau Röntgen, oh Frau Röntgen, oh Frau Röntgen, oh Herr, Ich begrüße dich, oh Frau Röntgen, oh Frau Röntgen, oh Frau Röntgen, oh Frau Röntgen, oh Herr, Ich begrüße dich, oh Frau Röntgen, oh Frau Röntgen, oh Herr, Untertitelung des ZDF, 2020